Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es um eure Router-Links, die ich euch letztes Mal schon angekündigt habe. Und zwar relativ simpel. Wir wollen, also ich zeige nochmal ganz kurz das Setup für die Leute, die letztes Mal nicht gesehen haben, auch wenn ihr eigentlich alles von letztem Mal braucht. Wir haben hier zwei Routes, oder besser gesagt zwei Routen, die hier einmal auf Video geht und einmal auf den Root-Pfad. Das heißt, wenn ich nichts hinten dran angebe, lande ich bei meiner Website-Component. Wenn ich Video angebe, dann lande ich bei meiner Video-Component. Und ja, das haben wir hier alles soweit eingefügt und hier steht jetzt einfach nur, also im Endeffekt haben wir das hier als Standardseite und das Router-Outlet hier, das ist sozusagen einfach nur ein Listen-Element. Und das heißt, hier wird einfach angezeigt, Website-Works in allen Fällen, beziehungsweise wenn eben der Root-Pfad gegeben ist oder aber Video, keine Ahnung, irgendwas mit Video, wenn wir auf Video gehen. So, und jetzt wollen wir das Ganze intern verlinken. Also aktuell sieht es so aus. Jetzt wollen wir das Ganze intern verlinken, dass wenn wir auf die Startseite gehen, dann wollen wir natürlich auch auf unsere Video-Seite gehen. Und wie gesagt, wir sollten kein href hier benutzen auf den Ars, weil dann die ganze Seite neu geladen wird. Das wäre Verschwendung. Jetzt haben wir extra dafür gesorgt, dass man hier effizientes Routing hat, wo nur die einzelnen Komponenten ausgetauscht werden müssen. Und ja, deswegen sollten wir das auch benutzen. Und da gibt es eigentlich eine ganz kleine Eigenschaft, die muss man sich halt merken. Das ist aber wirklich sehr, sehr angenehm eigentlich. Und zwar den sogenannten Router-Link. Das heißt, ich kann hier einfach angeben, Router-Link ist gleich. Und jetzt gibt es was, was ihr dringend beachten müsst. Ich habe letztes Mal, hundertmal gesagt, hier im Pfad kein Slash eingeben. Und hier im Root-Pfad natürlich auch nicht. Also kein Slash eingeben. Aber in HTML müsst ihr genau das trotzdem tun. Das heißt, ich werde jetzt hier auf Video verlinken von der Standardseite. Und ja, deswegen schreibe ich hier auch mal Video als Inhalt rein. Aber wichtig ist, es wird trotzdem hier ein Slash vorne dran gebraucht, sonst funktioniert gar nichts. Ja, das ist halt leider so. Kann man nicht ändern, aber ja, muss man mit klarkommen. Und was jetzt passiert, ist eigentlich auch schon wirklich alles. Das heißt, wir haben jetzt hier, da kommt schon was auf. Wir haben hier ein Hello Angular stehen. Gut, okay, weil ich noch auf Video bin. Aber ja, jetzt haben wir Website Works hier stehen. Und wenn ich auf Video draufklicke, dann will ich natürlich hier plötzlich Hello Angular stehen haben. Und ja, das ist im Endeffekt der Inhalt von unserem Video. Und ihr habt gesehen, wie schnell das Ganze ging. Es musste einfach nichts mehr nachladen. Es musste nur diese einzelnen Komponente hier austauschen. Während wenn ich neu lade, dann sehen wir, das Ganze lädt schon eine gewisse Zeit. Und so lange würde es laden, wenn ihr href benutzen würdet. Deswegen benutzt immer dieses Router-Link, damit das Ganze auch funktioniert. Oder möglichst schnell funktioniert. Ja, und das ist es eigentlich schon jetzt. Will ich natürlich euch nicht nur mit etwas Neuem überfahren sozusagen, sondern wir machen beim nächsten Mal dann weiter. Es gibt allerdings noch ein paar Sachen, die man hier natürlich noch trotzdem zusätzlich machen kann. Und ja, die will ich euch dann zeigen. Gut, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.